Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Walk League ja drei Fahrer, heute machen wir mal 4 gegen 4, der Franz ist da, der René ist da und der Jan ist da Hallo Hallo Hallo, alle haben schon am Schlafen, Franz hat nur noch Alpfall verschlafen heute Geht gar nicht! Nein gar nicht So René, du bleibst hinten oder wie? Jo, ich schaue mich nicht dran So, ich glaube Franz und ich vorne, oder? Wie machen wir das? Jan, erst mal mit der ersten Rettung, so gehört sich das Oh Oh, also das Fliegen habe ich zum Beispiel nicht verlernt, wo das erste Mensch immer so reinkommen Ja Ich denke mal nicht, dass hier viele Tore fallen werden Hat denn jemand von euch? Ich habe nicht Arne Neuer Ne, der bin immer noch ich Ich halte mich mal zurück, ich warte vorne auf den Ball, ja Ich spiele ihn mal ganz kurz raus Und da kommt er wieder zurück Mal zu, Spiel auf René Ah ja, schauen wir da Kennen die sich überhaupt? Ja, die kennen sich Oh super, jetzt bin ich ja nicht vorne, ja? Jetzt Oh, Jan, 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 Jan Was selber rein? Ich bin ein bisschen selber weg Hat den jemand? Jawohl Verlängern ist jetzt hier schwierig Aber nicht nach hinten, Jan Aber nicht nach hinten, Jan Versuch mal es mit Wir spielen uns da gegenseitig gerade aus Irgendwie ja Irgendwie ja Erstes Match und jetzt mal Katastrophe Noch halb verschlafen heute Nein Da war noch einer Was ja nicht unmöglich ist bei 4 gegen 4 Boah, wollte ich in die Vorwärtsbewegung Dann kommt er wieder zurück Boah, ich sehe nur Autos rumfliegen Du auch Aber 4 gegen 4 habe ich schon lange nicht mehr gespielt Jawohl, Jan Nice Nice Super Sehr schön Von den ersetzt sich alleine durch Jo Das war wirklich komplett alleine Und gehen wir mal wieder Aber ich glaube, die Aufteilung ist, glaube ich, richtig gut Jetzt Da, den er jetzt lassen soll Jetzt was gesagt Was? Nein, 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 nein Oh, schön gerettet Boah Oh Gibt's nicht Jan Da hat kein Boost Der scheiß Gorilla, ey Jetzt muss ich ein Gorilla-Geräusch einfügen Das wär's jetzt, Alter Mitte Ach Gegen dich Grenade, du bist gerade fast alleine hinten Nein Gibt's nicht Alles klar Da wollte ich den Ball holen Dann kam der Typ an Philipp, wir beide müssen uns ein bisschen absprechen Ja, ein bisschen Sollen wir spielen wir vorne, oder wie machen wir das jetzt? Hoppala Denk mal so teils, teils Weg da, ich will den Boost haben Schön erwischt Ja, gegen Vier, gegen Vier hast du keine Zeit Da musst du schon perfekt gehen Und das von Anfang an Erklärt den mal einer von euch Ich seh nur Autos fliegen Ich seh mehr, ich seh mehr Autos als Ball Ups, sorry Das ist irgendwie wirklich so Oder? Ja, jetzt haben sie es selbst geklärt Jan Ja, nicht richtig hingekommen Nein, nicht richtig erwischt Ja, mein Boost-Knopf funktioniert mal wieder nicht Auch echt ne neue Maus Oh, der ist drin Oder noch nicht Mit viel Dusel Ach, das war geplant Macht den jemand? Ja, der eine Der eine fliegt dann vorbei Und der andere hat den voll erwischt Jupp, das war ich Kann man ja mal machen, ne Nachspielzeit Ja Okay, Reni, du nach hinten Jo Och Gottchen Och Gottchen Der ist ja noch viel, viel Kilometer weiter vorne Als ich gedacht habe Oh, jeder Der hat damit gerechnet Jan, schön Oh, ne, falsche Richtung, Jan Hat gar nichts mehr gefallen Da war ich mir jetzt unsicher Ich glaube, Reni den berührt Okay, erstes Match verloren War aber gut Ja, bei 4 gegen 4 ist es absolutes Chaos Da ist auch so viel Glück dabei Das muss man ja auch mal fairerweise sagen Hat er gerade geschrieben Easy Snacks for Slicey Ah, GG, Reni Kennst du den? Kennt er dich Kennst du den Gorilla? Nee Aber wenn man sich bei den Ausbeutern guckt Die haben 7 Schüsse insgesamt Und wir haben nur 2 Man sollte vielleicht auf bereit klicken Das wäre eine Maßnahme Ne, Jan Lass mich Okay Ach, was für ein Zufall Ah, jetzt funktioniert das Was für ein Zufall, oder? Ah, genau Aber jetzt haben die bei mir auch Bilder Gerade eben hatten die bei mir keine Bilder Na ja, wenn du Sobald das zweite Mal mit dir ging Die Spiels hast du die Bilder, ja, ja Alter, er ist mal schön am rumschubsen hier Boah, ne Ja, der kommt böse Der kommt böse, ja Oh, schade Oh, schade Noch mit, ey Kannst du dich nochmal verlängern, ne? Hinten ist noch jemand Ja, René ist Ja, ja, immer Ja, super Sorry Da ist nichts passiert Der ist ja so weit von der Wand weggekommen Dass du den gar nicht Nehmen konntest Du hast hier immer irgendwo einen Boost Jan, mach ihn Nein Nein Scandar 2 Auch okay Nimm mich halt als Schuh her, oder? Weg, hallo Boah, da versucht er wegzüglich Kramm ich halt noch mehr rum, oder? Oh, Jan Mach ihn Boah Ne, da war noch einer Ah Was ein Arschloch Nein Ja, 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 ja Richtige Richtige Richtung Richtige 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 Das gibt es nicht Was? Haben wir ein Pech, Jan, oder? Aber voll Das gibt es doch gerade nicht, Alter Wie ist denn der da gerade jetzt nochmal abgeprallt? Das war, glaube ich, keine gute Idee Wow Aber wir haben momentan beide Dusel hier Habe ich so ein bisschen das Gefühl Sorry Nein Nein, ich habe ihn nicht berührt Ich habe ihn berührt Ich glaube, ich schlage ihn weg Boah Ah Kriegt ihr den da noch raus, oder muss ich noch mithelfen? Liegt scheiße, der fliegt richtig scheiße Ja Gut geklärt Kann den jemand runterholen? Ja, Franz, natürlich Unser Unser Flying Man Buck, bitte Aua Oder Buck Flying Buck Alter, ich komme gerade nicht mehr zum Ball hin Ach, du auch nicht? Ne Das merkt man gerade nicht Ich komme Das ist gerade Ja, ja, ja Schön 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 Ja Nein Oh, was? Wie viel Glück haben die denn? So viel Ich habe den gerade so geil berührt in der Luft Ich habe ihn auch nochmal berührt Das wurde sogar als Torschuss gewertet Oh, hör doch mal auf mich weg So, komm, Franz, komm Ho, 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 ho Verlänger Verlänger Oh, schade Oh, Mann Das gibt es doch nicht Oh, oh, oh Hi, René Hi Oh, Gottchen Kannst verlängern? Ja Das gibt es nicht, ey Das bleibt hier glaube ich 0-0 Das kann eine lange Verlängerung werden Oh, Gott Oh, hör doch mal auf mich weg Mein Güte Oh, Mann Ah, da ist der Gorilla selber geklärt Oh, lol Kann den jemand klären? Ja, Jan Genau, im Rückwärtsgang Immer René Steiner Jo Ich krieg gar keinen Bus mehr Und, ähm, Mitte Oh, schade Ja Yes, endlich Der Die Befreiung, ey Boah, hat aber lang gedauert 4 Minuten 4 Minuten 40, ja Oh Du hast nicht mehr als Gegentor, Kassian Ja, genau Scheiß nicht Ja, eben Ich sieh's nämlich schon kommen 10 9 Hauen weg Ja, ok Safe Ja Das ist gewonnen Jawoll Nice Ziel Jawoll Wir müssen nochmal gegen die ran